Die ganze Stadt spielt verrückt. Unzählige Fans blockieren die Straßen und kreischen ununterbrochen. Der Grund für das Ganze ist Kylie Jenner. Mit ihrer Schminkkollektion übertrifft sie große Modemarken. Fast jedes Mädchen besitzt ein Produkt von Kylie. Denn jeder hätte gerne solche Lippen wie der Teenie Star. Nun hat sie sich entschlossen, ihren ersten Shop zu eröffnen und hat fleißig Autogramme verteilt und Fotos mit den ganzen Fans gemacht. Hier habe ich für euch eine kleine Zusammenfassung von dem Tag mit Kylie Jenner. Übrigens in der Beschreibung findet ihr die Produkte von ihr. Drauf klicken und eventuell ist da auch was für euch dabei. Eure Meinung ist wie immer gefragt. Wie findet ihr die Produkte von ihr und wie findet ihr Kylie? Ich hoffe das Video hat euch gefallen und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne Check This Lab abonnieren. Ich freue mich auf das nächste Mal.